Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Glasscheiben sind eine schöne Sache. Sie stören relativ wenig, weil man sie nicht sieht. Dieser Vorteil geht manchmal aber auch nach hinten los. Man kennt das aus diversen Komödien. Irgendein Trottel rennt prompt gegen die Scheibe. Es kracht, der Dödel hat eine Beule und der Zuschauer seinen Spaß. Passiert aber auch regelmäßig bei großen Fenstern, an Bürohochhäusern, bei Schaufenstern oder Terrassentüren. Da sind es dann allerdings Vögel, die gegen das Glas knallen. Die sehen die Scheibe nämlich genauso wenig wie wir Menschen. Um das zu verhindern, kann man schwarze Vogelaufkleber an die Scheibe pappen. Die haben nämlich die Silhouette eines Raubvogels. Das wiederum macht Singvögeln Angst und lässt sie woanders langfliegen.